Ja, die Arbeit, die macht mir sehr viel Freude im wahrnehmen. Sie greift an der Wurzel. Sie ist spannend für mich jeden Tag. Und spannend heißt für mich auch, jeder oder viele Klienten, jeder will ich jetzt nicht sagen, aber jeder Klient, der geht anders und positiver raus, als er reingekommen ist. Und die Ergebnisse sind halt mit sehr wenigen Sitzungen sehr positiv. Und das kann ja nur Spaß machen. Das ist das, was mir Freude bereitet. Und deshalb gehe ich jeden Tag gerne in die Arbeit.